Was geht ab? Und herzlichen Glühwunsch, Glühstrumpf. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Roland Simbecks Comedy-Podcast für Mittwoch, den 3. August 2022. Und es ist gerade Freitag. Ja, der Podcast ist schon wieder zwei Tage spät. Es tut mir wahnsinnig leid, was soll ich sagen? Ich habe eine gute Entschuldigung. Ich habe eine gute Entschuldigung. Ich war busy. Ich hatte tatsächlich was zu tun und zwar was Sinnvolles. Nicht nur rumsitzen und Gaming oder so oder meinen Streaming-Keller weiter ausbauen, sondern wir sind in einem Wellness-Hotel. Nein, Tatsache. Wir wurden in ein Wellness-Hotel eingeladen, um hier zu drehen. Jawohl. Und zwar ins Hotel Ordneres Ordner. Also nicht wie der Ordner mit D, sondern mit T. Wie der Ort, Ordners Ressort. Ja, jetzt könnt ihr direkt alle mal googeln, wo ist denn der da? Ordners Ressort liegt in Bad Füssing. Nicht zu verwechseln mit Füssen. Also es ist nicht im Allgäu in der Nähe vom König Ludwigs Schloss, sondern es ist so irgendwo zwischen Deckendorf und Passau. An der Grenze nach Österreich und, äh, also Niederbayern. Es ist Niederbayern. Und Leute, es ist krass. Also wir sind hier eingeladen, um für die einen Image-Film zu drehen. Der Harry G., den kennt man in Bayern, hat für dieses Hotel ein kleines Image-Video, schon ein lustiges Video gedreht für deren Website und für deren Social Media letztendlich. Und wir sind auch hier und verbringen quasi zwei Tage. Wir sind am Mittwoch angereist, haben hier den ersten Tag quasi so ein bisschen recherchiert, uns einen Überblick gemacht, was kann man denn hier alles machen, was kann man Lustiges drehen. Haben uns eine Art Konzept überlegt mit unserem Team und sind dann am, haben dann gestern den ganzen Tag hier gedreht. Also tatsächlich 7 Uhr Frühstück, 8 Uhr Drehbeginn und bis 21 Uhr hier gearbeitet. Also wirklich Wellness habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und jetzt habe ich gerade gefrühstückt und jetzt kommt der Podcast dran. Und dann habe ich meinen Late Checkout und dann bin ich schon wieder weg. Also vom Wellness Hotel habe ich jetzt alles gesehen, aber nichts wirklich genossen. Aber es ist geil hier. Wer hätte das gedacht? Leute, das ist die abgefahrenste Story überhaupt. Also dieses Hotel, da steckt eine Geschichte dahinter, die ist sowas von unglaublich. Und zwar begann alles im Jahr 1938. Da haben die Nazis versucht in Deutschland an verschiedenen Stellen, wo sie es eben vermutet, wo sie Vorkommen vermutet haben, nach Erdöl zu bohren. Weil Öl braucht man natürlich für die Panzer, für den Krieg. Für den Krieg. Die Nazis haben gedacht, okay, für den Krieg, wir brauchen Öl. Wir bohren hier einfach mal. Und dann haben die hier in Bad Füssing, haben die, ich glaube, 900 oder 1000 Meter in der Tiefe gebohrt, nach Öl gebohrt. Und es kam einfach nur heißes Wasser hoch. Einfach nur heißes, schwefelhaltiges Wasser. Und dann haben die das Ding wieder versiegelt. Dann haben die dem Grundstückseigentümer, dem Bauern gesagt, also hier, da bauen wir jetzt noch einen Schuppen drüber, sperren das Ding ab. Und da ist der Schlüssel für den Schuppen. Du machst das Ding nicht auf. Okay, da geht keiner ran. Das war eine staatliche Bohrung. Und das war es. Versteckt den Schlüssel. Hier wird ein kleiner Schuppen drüber gebaut. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es ein größerer Hydrant oder was auch immer. Ich stelle mir das so filmisch vor. So ein großes, weißes, gusseisernes Ding mit so einem großen Schraubrad. Und abgeschlossen und verriegelt, Holzschuppen drüber, Vorhängeschloss. Hier, pass auf den Schlüssel auf. Wenn der Krieg vorbei ist, wenn wir den Krieg gewonnen haben, dann kommen wir wieder zurück und dann schauen wir, was wir damit machen. Naja, der Krieg ging vorbei. Und ich glaube, es war dann 1948, hat dann die frisch angetraute Ehefrau von dem Bauern gesagt, die die ganzen Jahre auch den Schlüssel bei sich in der Schürze gehabt hat, fest umklammert mit ihrer knöchernen Hand. Hat dann irgendwann gesagt, ich schaue jetzt, was in dem Schuppen ist. Nee, Moment, genau so war es. Zuerst, genau, die Ehefrau hat den Schlüssel, die Bäuerin hat den Schlüssel gehabt, die Tochter von den Bauern, auf dessen Grundstück das gemacht wurde. Der Bauer ist in den Krieg gezogen, die Tochter ist da geblieben, mit den Kindern irgendwie so. Und dann die, und der Ehemann der Tochter hat gesagt, ich schaue jetzt nach, was da drin ist. Und der hat den Schuppen aufgeschlossen und hat am Rad gedreht, hat quasi diese, ja, die Schleuse geöffnet und es hat Puff gemacht. Und eine 30 Meter hohe Wasserfontäne ist gen Himmel geschossen, hat das Dach von dem Schuppen weggeballert und hat den Schuppen komplett zerstört. Und ja, das Feld hat sich mit schwefelhaltigem Wasser gefüllt. Was für eine geile Story eigentlich. Die 30 Anwohner vom Dorf sind gekommen, haben gesagt, was ist denn hier los? Haben angefangen, da ein bisschen in dem Wasser rum zu pritscheln, haben sich Wannen geholt, haben sich reingesetzt und haben festgestellt, oh, das Wasser ist ja ziemlich schwefelhaltig. Es ist 57 Grad heiß, kommt aus der tiefen Erde. Und haben sehr schnell festgestellt, dass es heilende Wirkung hat. Und dann kamen die Menschen angereist aus der Umgebung und haben da ihre Kriegsgebrechen in diesem Wasser geheilt. Und naja, wie es halt so ist, der Bauer war dann einigermaßen, oder die Bäuerin war dann einigermaßen geschäftsfindig, umtriebig, geschäftssinnig und hat dann angefangen, so Ferien auf dem Bauernhof zu vermieten, in so Einliegerwohnungen oder in so Zimmern. Und die haben das dann immer mehr ausgebaut, immer mehr ausgebaut. Und jetzt ist hier ein richtiges Ressort draus geworden. Und es ist die Quelle, das ist die größte, beziehungsweise die intensivste, schwefelhaltigste, schwefelwasserquelle in ganz Europa. Hier in Bad Füssing. Und dieses Ressort ist unfassbar. Es ist echt schön. Das Wasser ist der Hammer. Das ist gut für Haut und Haar, für Body, für alles. Und ja, es tut gut. Und es ist richtig schön. Und wir versuchen hier so ein bisschen so einen Imagefilm zu machen, ohne diese ganze History. Einfach nur Erkan und Stefan. Der eine will Wellness, der andere sucht die Bunnies. Soll halt irgendwie witzig werden. Wir haben jetzt gestern gedreht, jetzt wird es geschnitten. Gucken wir uns mal an, was draus wird. Ja, und hier sind wir. Und es ist schön und wir genießen es. Und das ist die Story. Deswegen ist der Podcast jetzt einen Tag zu spät. Ganz dicke Story. Und ja, was ist in der Zwischenzeit davor passiert? Ich hatte einen Drehtag bei einer Sprachschule. Nicht Drehtag. Entschuldigung, was rede ich denn hier? Genau, am Donnerstag, am Tag nach dem letzten Podcast, da haben wir gedreht im Bunker. Boah, wir drehen ziemlich viel in der Zeit. Da haben wir vormittags, haben wir in diesem Fernmelde-Bunker gedreht im Pfaffenhofen. Das Video dürfte auch bald mal zusammengeschnitten sein, sodass wir es uns angucken können. Da wird auch was auf YouTube landen und wahrscheinlich auch in unserem Stream gemeinsam angeguckt werden. Am Abend habe ich dann einen Live-Auftritt gehabt bei der Firma Easy Tutor. Das ist eine Nachhilfe-Firma, die während der Corona-Zeit ganz schön punkten konnten, weil die nämlich quasi Nachhilfe per Remote, per Stream, letztendlich per Zoom-Call, keine Ahnung wie wir das machen, machen. Dort habe ich einen Comedy-Auftritt gehabt und am Samstag waren wir dann in Hamburg bei der 90s-Super-Show und Leute, ich sage euch, das war geil. Wir waren ja schon mal davor in Berlin bei dieser 90s-Super-Show mit den ganzen Stars von damals. Diesmal war dabei Hathaway, Blümchen war dabei, Mr. President, ja, die ganzen 90s-Leute und es war so krass, weil wir standen da auf der Bühne, haben unseren Auftritt gewartet und plötzlich kommt von hinten Hathaway und klopft dann auf die Schulter und sagt, ey Jungs, wie geht's euch? Und wieder so, wow, du bist Hathaway. Du bist Hathaway. Natürlich sind wir uns schon ein paar Mal begegnet, aber wir vergessen ja immer, dass der uns ja auch kennt. Und ich meine, so Erker und Stefan kennt man halt, ja. Natürlich kennt man auch Hathaway, aber dass der uns kennt, ist natürlich auch doppelt geil. Und dann, naja, wir hatten einen schönen Auftritt. Wir haben dann diesmal drei Songs performt. Wir haben nicht zwischendrin Comedy gemacht. Das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das haben wir gelernt bei dem Auftritt in Berlin. Das will keiner hören. Die wollen einfach Spaß haben. War cool. Die Leute hatten gar keine Ahnung, dass wir Musik machen. Ja, wir haben Ich-Schwör performt. Danach haben wir Druckmusik gemacht. Das haben die dann erkannt. Und danach haben wir auch den Ehrenmann-Remix gemacht von Harrison Ford. Und der ist ja auch mega geil. Und dann sind wir eigentlich noch ein bisschen da sitzen geblieben. Und haben die Showgenossen sind am Backstage rumgehangen. Haben Autogramme gemacht, haben Fotos gemacht, Selfies gemacht. Und ja, die meiste Zeit sind wir eigentlich im Backstage gesessen, Open Air auf so einer Bierbank und haben so dieses Wummern gehört. Der Ton mit Bessen und Höhen, den hörst du ja vor der Bühne und hinter der Bühne hörst du ja fast nur die Bässe und ein paar Mitten. Und es war einfach geil. Es war einfach geil. Irgendwie so Let me hear you say yeah. Calling Mr. Raider. Calling Mr. Wrong. Keine Ahnung. Ja, ich kenne den Text nicht. Ich kenne den Text nicht so gut, aber I know what I want and I want it now. Because I want you. Because I'm Mr. Vane. Ja, alle waren sie halt da. Alle waren sie da. Und wir haben sie uns gegönnt. Und danach sind wir als dann Blümchen, Blümchen kam auch auf uns zu, hey Jungs, an uns im Abend. Ich habe es gar nicht erkannt. Blümchen ist wohl doch schon ein bisschen, es ist schon Blume, es ist schon ein kleiner Baum. Nein, ich ist schwanger. Kam auf uns zu, hat uns auch begrüßt und hat dann ihre Show gemacht und wir sind dann abgehauen, weil wir haben gesagt, wenn wir warten bis zum Schluss, dann wollen die ja alle gleichzeitig mit dem Shuttle zurück ins Hotel. und wir haben gesagt, nee, 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 nee. Wir fahren vorher schon, nein, prima, kommen jetzt noch einen Shuttle, da müssen wir nicht warten. Und sind dann vorm Hotel, vorm Hotel einfach abgehangen auf dem Bordstein bei der Hotelvorfahrt. Nebenan war eine Tankstelle, wir haben einfach uns was zu trinken geholt und haben uns auf den Bordstein gesetzt und haben da Bordsteinparty gemacht. und es war so witzig, weil jeder andere Act, der dann später mit dem Shuttle angefahren kam, musste an uns vorbei. Wir saßen da, ey, was geht, komm, jetzt hier wird Party gemacht und manche sind hängen geblieben, Mola ist kurz bei uns hängen geblieben, der krasse Toni, wie heißt der, Toni Kortura, ich weiß es gar nicht, mit dem haben wir noch ein bisschen gequatscht, ein paar Gäste vom Hotel, wir haben einfach Party gemacht, Stimmung und es war geil bis, ich glaube bis Mitternacht, ich glaube wir sind fünf Stunden draußen auf dem Bordstein gesessen und haben gebullshittet mit den Leuten, die vorbeikamen und ja, am nächsten Tag ging es zurück und das Verrückte war tatsächlich, ich habe ja nichts getrunken, ich habe ja, an dem Abend habe ich drei alkoholfreie Jever getrunken, da ist vielleicht ein bisschen was drin, aber ich habe mich so anstecken lassen von dieser geilen Stimmung irgendwie, dass ich fast ein bisschen besoffen war, so vom Partyfeeling her, von diesem ach ist alles egal, es macht doch voll Spaß hier und Bullshit labern und ja, es war schön, es war richtig schön, vor allem war es ja auch warm und man konnte noch draußen sitzen und einfach traumhaft. Ja, hey, am nächsten Tag, ich sitze in der Bahn und suche meine Sonnenbrille raus, weil es mich so hart geblendet hat und gucke erst mal so meine Umhängetasche, normalerweise habe ich die Sonnenbrille ja in der Umhängetasche, gucke so rein, such die durch, Sonnenbrille ist nicht da, ich finde die scheiß Sonnenbrille nicht in meiner Umhängetasche, denke mir, okay, habe ich sie wahrscheinlich in der großen Tasche und dann sitzt du halt im Zugabteil und fängst an, dein Zeug auszupacken. es ist halt irgendwie auch so ein bisschen privat, ich meine, okay, da hast du halt dein Waschzeug, da hast du deine schmutzige Wäsche, alles mögliche, du wühlst halt durch die Tasche und du packst so Zeug aus, was du normalerweise nicht auspacken würdest. Ja, und ich wirklich, ich gucke in jeden letzten Winkel von meiner Umhängetasche, von meiner Reisetasche, weißt du, hier wirklich alle Reißverschlüsse auf, die Leute spüren das ja, da sucht einer panisch nach etwas, da sucht, wenn einer einen Reißverschlussfach zweimal aufmacht und zweimal reinguckt und wieder zumacht und nochmal reinschaut, dann vermisst der was, ja, ganz klar und so habe ich mich gefühlt, beobachtet, panisch, wo ist meine Sonnenbrille, fuck, ja, die hat geschliffene Gläser, ich brauche die und dann war es eigentlich drin, dann war die Sonnenbrille nicht da, ich so, scheiße, ich habe die Sonnenbrille verloren, nehme nochmal die Umhängetasche, mache nochmal die Umhängetasche auf, fass rein, Sonnenbrille war direkt oben, die Sonnenbrille war die ganze Zeit in meiner kleinen Umhängetasche, die ich um die Schultern habe und nicht in der großen Reisetasche, aber beim ersten Versuch habe ich es halt einfach nicht gefunden, ich verstehe es nicht, warum ist das so, dass man beim ersten Versuch dran vorbeisucht und dann sich komplett verrückt macht und dann nochmal danach guckt, wo man gleich zu Anfang geguckt hat, wo es ja auch sein soll und plötzlich findet man es, hat die sich entmaterialisiert und dann wieder zurück materialisiert, einfach nur um mich zu ärgern, ja, da war es wieder, die Sonnenbrille. Super, oder? Wie ein Idiot, sitzt man da, setzt sich dann die Sonnenbrille auf, so, ah, und alle mitreißen im Zug, ah, okay, hat sie gefunden, jetzt haben wir endlich wieder Ruhe. Apropos, ich hasse es, ich hasse, ich verstehe nicht, warum Leute ihre In-Ear-Kopfhörer so laut aufdrehen, dass jeder die Musik hört. sind es einfach billige Kopfhörer, weil ich denke, wenn ich mit meinen Airpods Musik höre, dann hört keiner das, was ich höre. Ich finde es einfach so beschissen, dass ich ständig die Musik von anderen Leuten hören muss. Eine nette, eine nette kleine Bahnbeobachtung habe ich noch für euch. Mit mir ist so eine kleine Gruppe, ich glaube, es waren drei oder vier Leute eingestiegen, davon war eine Person betreuungsbedürftig und der war da, war ein Betreuer oder Familienangehöriger dabei. Der hat ihr quasi so im Zug geholfen und es war so ein, ja, ich würde mal sagen, so ein ganz bodenständiger, einfacher Typ, der hat so ein bisschen so bayerischen Dialekt gesprochen, ja, hat da, also, hat da ein buntes Hemd angehabt und so eine Tom Selleck Magnum Jeans irgendwie, weißt du, so abgeschnitten, so auf halben, auf Mitte des Oberschenkels, so eine abgeschnittene, kurze Jeans und Birkenstockschuhe und eine Cappy und so mittleren Alters, würde ich sagen, wo man sich denkt, ja, das ist halt ein ganz normaler Typ, der reist halt mit denen, ja, big deal. worauf ich hinaus will, ist, denen ist was runtergefallen und den ist, und er hat sich dann auf den Boden gekniet und hat unter dem Tisch vom Bahnabteil gesucht, ob er findet, was denen runtergepurzelt ist und ich klicke es runter und sehe einfach, wie dem aus seiner Jeans einen Stringtanger rausguckt. Einfach ein schwarzer Stringtanger. So wie man den Halt von Frauen kennt. Der hat einfach einen Stringtanger getragen. So ein totaler Durchschnittstyp. Ich würde nicht sagen Bauer, aber das war so mein Eindruck. ist ja auch nicht wertend, sondern das ist eher so einfach, da erwartet man es nicht und ich habe das so gesehen und mir gegenüber saß eine Frau, die hat es auch gesehen und plötzlich haben sich unsere Blicke gekreuzt und wir haben uns beide angeguckt so von wegen. Ja, das hätten wir nicht erwartet, haben beide so kurz bei den Schultern gezuckt und große Augen gemacht und dann war das Thema wieder beendet. Aber es hat mich irgendwie fasziniert. Es hat mich komplett fasziniert und es hat mich vor allem auch mit meinem eigenen Klischee-Denken in Kontakt gebracht. Von wegen, ja, warum sollte der nicht auch einen String tragen dürfen? Aber ja, wie gesagt, du erwartest das ja auch nicht und das ist ja auch genau das, wo Comedy entsteht. Das Unerwartete, das Überraschende, das Unerwartete, das sich genau in dem Augenblick erwischt wo du nicht im Geringsten dran denkst, dass dieser Average Dude ja, jetzt einfach einen kleinen, süßen, spitzen, randbesetzten Stringtonger trägt. Und auf einmal sieht man die Menschen wieder mit komplett anderen Augen oder auf einmal denkst du dir, ah, der kann jetzt nicht so undercover, ist der jetzt undercover? Also so ganz pre-coming out ist der jetzt bestimmt nicht, der ist nicht mehr so in the closet, oder? seine Leutchen, seine Leutchen, mit denen er unterwegs ist, die wissen es doch bestimmt alle, oder? Weil der weiß auch, dass sein Stringtonger öfter mal rausguckt. oder ist es einfach ein Heterotyp, der einfach gerne Stringtonger trägt, weil es einfach sportlich findet? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, es kann mir letztendlich auch egal sein, aber diese Gedanken macht man sich halt. Hey, machen wir uns nichts vor, oder? Es ist spannend, es ist spannend. Letztendlich ist mir scheißegal, was andere Leute im Bett machen. Ich werte es ja nicht. Ich werte es nicht. aber ich muss sagen, es amüsiert mich. Es gefällt mir. Es amüsiert mich, weil es mir letztendlich sagt, unterschätze die Menschen nicht. Unterschätze die Menschen nicht. Es sind nicht alle einfach nur Statisten in deiner Welt und um dich herum ist alles nur Standard und ganz einfach, sondern jeder hat so seine kleinen Geheimnisse. Jeder spielt so seine Spiele und hat das für sich hoffentlich gefunden im Leben, was ihn glücklich macht und ist nicht einfach kreuzunglücklich, weil er es nicht ausleben darf. Also freies Land, freies Leben, werdet alle glücklich, das ist doch das Beste. Am Ende gibt es keinen Streit und keinen Krieg, weil es war ein netter Typ, der Typ war total ausgeglichen, der war total gechillt. Warum? Warum? Weil er sich das gönnt, was ihm gefällt. Ja, Mann. Okay, warum spreche ich davon? Keine Ahnung, es scheint mich ganz schön beeindruckt zu haben. Es ist mein Alter. Würde ich auch gern, ich könnte mir ehrlich gesagt, ich könnte mir das nicht vorstellen, als Mann da so so ein schmales, so eine Zahnseide in der Kimmel zu haben, die ja letztendlich auch jeden Überbleibsel einsammelt und dir wirklich so dein Arschloch sauber poliert und es hängt ja alles dann noch dran. Manchmal kann man erwischen, wie man will und dann hast du dann so eine Unterhose an, also für mich wäre es nichts, ich sage es euch jetzt mal. Hygiene ist doch so, oder? Ist doch so. Dann fassen die Leute wieder überall hin, dann fasst man sich damit ins Gesicht. Vor kurzem habe ich gehört, jeder berührt sein Gesicht drei bis vier Mal in der Minute. Drei bis vier Mal pro Minute fassen wir uns ins Gesicht. Warum? Man macht das wahrscheinlich nicht, wenn man eine Maske anhat und noch eine Sonnenbille, aber warum machen wir das? Juckt uns was? Haben wir das Gefühl, da ist irgendwie ein Haar, was uns im Gesicht juckt? Zählt da auch so kurz durchs Gesicht Streif, um die Haare aus dem Gesicht zu nehmen? Drei bis vier Mal in der Minute fassen wir uns ins Gesicht. Das darf man nicht unterschätzen. Daher kommen dann wahrscheinlich Pickel, Akne, unreine Haut, oder? Also, dann werden dann bestimmt, jetzt kommen Leute, die sagen, ja, da merkt man mal, dass du nicht sensibilisiert bist, dass du einfach so was pauschal wiederholst, was du gehört hast. Es kann sich nicht jeder drei bis vier Mal die Minute ins Gesicht fassen. Ich glaube, da hast du in deiner Ignoranz, hast du vergessen, dass es Menschen gibt, die keine Hände haben. Was machen denn Menschen, die keine Hände haben? Die fassen sich nicht drei bis vier Mal pro Minute ins Gesicht, Simbeck. Willst du die komplett ignorieren? Sag mal, wie stumpfsinnig bist du eigentlich, du toxischer, weißer Mann in deiner patriarchalischen Selbstwahrnehmung? Ja, das muss ich mir gefallen lassen, diesen Vorwurf. Dass Menschen, die keine Hände haben, auf die Bühne kommen und sagen, hey, Moment, einen Joke, ein Joke, ich habe mir das nicht überlegt, kann man da Witze drüber machen, jeder fasst die drei bis vier Mal pro Minute ins Gesicht. Wenn das die Prämisse ist, dann ist es eine Prämisse, die komplett an der Realität vorbeigeht. Denn es gibt Menschen, die haben keine Hände. Wer so einen Joke macht, da sollte man eigentlich auf die Bühne gehen. Nein, das ist wieder ganz gut. Solche Leute können dir keine Ohrfeige geben. Die können nicht den Will Smith mit dir machen, weil sie haben ja keine Hände. Also, bin ich hier auf der sicheren Seite, nee, dann schicken die einen Pfleger vor. Hey, geh vor, kleb dem ein. Der Pfleger geht auf die Bühne und von hinten sieht jeder, dass er einen Stringtanker trägt. Ja, nee, wollte nur einfach mal darüber gesprochen haben. also sitze ich hier immer noch in meinem Hotelbett hinter mir eine gepolsterte Wand. Kurz vorher, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, hat mein Sohn mich angefacetimt. Der ist allein zu Hause und unser Biomülleimer scheint irgendwie von ihm nicht ausgeleert worden zu sein. Ich bin ja jemand, einmal am Tag leere ich den Biomülleimer aus, ja, also gerade in so heißen Monaten. Und, ja, ich habe auch zu ihm gesagt, vergiss nicht, den Biomüll auszuleeren. Entschuldigung. Weil, wer weiß, raus mit dem Zeug. Da sind Bananenschalen drin, in Bananenschalen sind, legen Fliegen ihre Eier rein, dann schlüpfen die. Wer weiß, ja, und jetzt gerade hat er mich angefacetimt. Papa, äh, da sind Maden. Da sind Maden im Biomülleimer. Alter Verwalter, was soll ich machen? Und ich so, ja, äh, leere das Ding aus, ja, mache die Tüte zu, hau es in die Biotonne, die wird die Tage abgeholt. Dann ist es schon mal aus dem Haus raus. Und er so, ja, ich will aber nicht, es ist eklig, ich habe Angst. Meine Güte, oder? Ich dann so, ey, die haben viel größere Angst. Auch so ein Scheißbruch. Ey, die Spinne, er mag auch keine Spinnen, die Spinne, die hat viel mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Solche Sprüche helfen in dem Augenblick einfach überhaupt nicht, oder? Die 100 Millionen Maden, die in dem Biomülleimer sich in dem Deckel tummeln, die haben viel mehr Angst vor dir, als du vor ihnen. Hat nicht geholfen. Na, ich habe ihm letztendlich gesagt, trag das Ding im Garten raus. Trag das Ding im Garten raus, mach den Deckel auf, lass die Sonne draufbraten. Und dann machst du eine Papiertüte über den Mülleimer. Wir haben da so ein, so ein, wir haben in der Küche jetzt nicht so ein Biomüll, so unter der Spüle, sondern wir haben neben der Spüle so einen Steinguttopf. Weißt du so, wisst ihr, was ich meine? Kennst du diese Salzlasurtöpfe? Diese, da war früher, was war denn da so drin? Da hat man so, keine Ahnung, Eier drin aufbewahrt. Was hat man gemacht in solchen Salzlasurtöpfen? Hat man so Gurken eingelegt vielleicht, Essiggurken? Das sind so graue Töpfe, so aus Steingut, so ziemlich dick, würde ich sagen. Und die haben so mit schönen, tiefen, dunkelblau, was ist das? Preußisch-Blau, Ultramarin, dunkelblau, sind da so leicht florale Muster drauf gemalt und das Ganze ist irgendwie so eingebrannt. Und diese Salzlasurtöpfe, da haben wir einen, der ist vielleicht so 35 Zentimeter hoch, haben wir so einen Topfdeckel drauf, der passt genau und den nutzen wir als Biomüll. Naja. Ich finde diese Töpfe ganz schön. Ich bin ja auch immer, wenn ich auf dem Flohmarkt bin, gucke ich nach solchen Salzlasurtöpfen, weil die kannst du so auf die Küchentheke stellen und in einem haben wir Kartoffeln drin, im anderen sind Zwiebeln, dann haben wir noch einen, da habe ich so, da haben wir so, ja, Tomaten und solche Sachen, was auch immer. Genau, und einen nutzen wir in dem Waschbecken für den Biomüll. Und da ist dann so ein Glasdeckel oben drauf, so ein Topfdeckel, so mit so einem gläser in der Topfdeckel und der war innen voller Maden und ich so, hey, bring raus, raus in den Rasen. Und dann hat er dann quasi dann über den Topf eine Papier-Biomülltonne, eine Biomülltüte gestülpt, hat das Ding dann umgedreht, ausgeleert und dann habe ich gesagt, mach, nimm einen Gartenschlauch und spritze das Ding ab. Spüle das Ding aus, spritze es ab und was auch immer noch da drin noch lebt, das wird dann die Sonne rausbraten und passt schon und wenn ich heute Abend zu Hause bin, kümmere ich mich drum. und er hat es gemacht. Er hat es gemacht und ich bin sowas von unfassbar stolz auf meinen Jungen. Aber er ist da, er findet es einfach eklig. Er findet das eklig. Ja, wir haben jetzt Ferien. Wir haben Ferien. Der Junge ist zu Hause, der möchte die Tage einen Kumpel besuchen, einen Streaming-Buddy, was heißt einen Gaming-Buddy. Das ist ja auch geil, oder? Die Kids lernen sich kennen und denen ist prinzipiell mal egal, wo ihre Freunde wohnen. Die wohnen ja quasi auf dem Server mit ihnen. Der geht auf den Server und zockt jeden Tag mit den gleichen Leuten. Letztendlich ist es für uns, für den Twitch-Stream ja auch nicht anders. Wir haben ja auch Leute im Chat, ich habe keine Ahnung, wo die wohnen. Ist ja auch egal, aber die sind im Chat, da sehen wir uns, da treffen wir uns und dieses wo wohnst du, wo ist denn das? Das ist denen komplett wurscht. Ich habe meinen Sohn gefragt, wo wohnt denn ein Kumpel, den du besuchen möchtest in den Ferien? Und er hat gesagt, keine Ahnung, muss ich mal fragen. Und ich so, ja, wie lange spielst du denn schon regelmäßig mit dem? Und er so, ja, zwei Jahre. Und ich so, du weißt nicht, wo der wohnt? Ich meine, wohnt der hier in der Gegend oder wohnt der, wohnt der in Bayern, wohnt der in Deutschland? Und er zu mir, na also, wir sprechen Englisch miteinander. Und das macht dann sofort, kann die ganze fucking Welt sein, oder? Also, wir schauen jetzt mal, was da draus wird. Der möchte seinen Streaming-Kumpel besuchen, der fragt ihn jetzt, fragt ihn, fragt ihn, Gott, 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 Süddeutschland, bitte nicht schockiert sein, ich bin kein Idiot, ja, aber im Süden, Bayern, Baden-Württemberg, da sagt man, fragt und nicht fragt. Ich frage, du fragst, er, sie, es, fragt. Und sie fragt, und sie fragt, und sie fragt, kommst du heute noch mit zu mir, mit, babe? Wie geht der Song? Und sie fragt, und sie fragt. Warum ist denn der Song? Na, egal. Er fragt ihn die Tage. Bin mal gespannt, wo wir unseren Sohn dann hinfahren dürfen in den großen Ferien. So. Mir ist noch aufgefallen, ist euch schon mal aufgefallen, kennt ihr das? Beste Überleitung aller Zeiten. Kennste, kennste, ne? Kennste, kennste, Bahn, kennste, Bahn kommt, ich laufe, ne? Kennste? Meine Frau hat mich bei der Bahn abgesetzt. Ziemlich kurzfristig, tatsächlich. Beziehungsweise, nein, ich war pünktlich, ich war pünktlich zur Bahn. Allerdings kam, und mein Zug sollte erst in, keine Ahnung, neun Minuten oder so kommen, Regionalbahn nach Ingolstadt. und in dem Augenblick fuhr aber trotzdem, als ich gerade noch im Auto sitze und meine Tasche nehme, fuhr eine andere Regionalbahn ein. Und, und dann steigt er, dann steigt da so ein Typ aus, Quatsch, Quatsch, äh, äh, was labere ich, sorry, ich versuche gerade hier, mit meinem Kopf so alles zusammenzubauen. Also meine Frau hat mich zur Bahn gefahren, mit dem Twizy übrigens, ja, sehr witzig, sind da so elektrisch hingescootert, und, äh, ich steige aus, und dann sehe ich so, ey, da ist schon, da ist ein anderer Zug. Wahrscheinlich ist der, der Zug, der vorher kam, also man muss dazu sagen, unsere Bahnstrecke, die fahren entweder alle nur nach München, oder alle nur nach, äh, nach Ingolstadt, beziehungsweise Nürnberg. Du kannst nicht in den falschen Zug einsteigen. Wenn der Zug nach Norden fährt, dann ist das mein Zug. Der wird in Ingolstadt halten, wo ich umsteigen muss. Und plötzlich fährt da eben ein weiterer Zug für mich ein, den ich nehmen kann, der aber nicht meiner ist. Das heißt, es war wohl der, der, der vorausgehende Zug, der verspätet ist. Und ich dachte mir, ey, wenn der Verspätung hat, dann kommt vielleicht noch ein ICE, dann hat vielleicht mein Zug, dann auch infolgedessen Verspätung, ja, und kommt dann nicht in Kürze, sondern kommt in Bälde, äh, beziehungsweise in St. Nimmerlein, und dann verpasse ich vielleicht meinen Anschlusszug. Und ich denke mir, nimm die Beine in die Hand, nimm deine Tasche, spurte zur Bahn. Und auf dem Weg, während ich dahin spurte, steht da so ein Dude da, so Typ, ja, nicht Typ obdachlos, aber eher so Typ, äh, ja, ich stehe hier und ich spreche mit jedem, der kommt, bis mein Betreuer da ist. Ja, klar, ist ja, gibt es ja auch, ne, ich hatte, ich hatte auch so ein, oh, der saß neben mir im Zug von, im Zug von, zurück von, großen Brode, Richtung, Richtung Lübeck. Da saß einer neben mir, der war vom Alter her, so wie ich, aber vom Kopf her, war der vielleicht zwölf. Gibt es ja, gibt es ja, gibt es ja ganz viele. Das sind ja, muss man dazu sagen, das sind ja ganz liebe, normale Menschen, ne, aber ich war in dem Augenblick nicht in der Stimmung, ein Gespräch mit ihm anzufangen. Und, aber der hatte halt, der hatte Gesprächsthemen, ja, meine Mama hat mir ein Pausenbrot gemacht und da fahren wir jetzt da und dahin und meine Tante wohnt da und mein Onkel sagt immer das und zum Abendessen gab es das und gleichzeitig hat er aber gerochen wie ein Aschenbecher. Das war so ein Typ, ich rauche drei Schachteln Zigaretten am Tag. Der hat gestunken und hat mich voll gequatscht und ich habe irgendwann gesagt, ich muss hier aussteigen und habe meine Tasche genommen und bin ausgestiegen und bin eine Tür weiter wieder eingestiegen und habe mich da in Ruhe hingesetzt und habe dann aus der Entfernung gesehen, dass der dann so zwei sich jüngere Mädchen angequatscht hat und die auch voll getextet hat von oben bis unten. Aber die haben das richtig gut gemacht. Die haben wirklich so interessiert, nachgefragt, ach, das ist ja schön und was ist denn dein Lieblingsessen und ich habe da irgendwie nicht die Ader dafür. Ich habe da echt nicht die Ader dafür. Ich kann gut senden, aber ich bin nicht so der Zuhörer, nicht so der Empfänger, ganz ehrlich. oder ich muss in der Stimmung dafür sein. Ich gebe gerne, aber Geschichten anhören tue ich wirklich nur dann, wenn es vielleicht interessant für mich ist. Sagen wir mal so, die Geschichte von dem Großvater, der die Schwefelwasserquelle gefunden hat, die finde ich richtig, richtig, richtig interessant. Da gehen bei mir Bilder im Kopf auf. Da denke ich richtig an so ein großes europäisches Kino, wie der Typ da mit dem Hammer hingeht und den Deckel von diesem Hydranten runterschlägt und der Schuppen fliegt in die Luft. Sowas finde ich echt mega spannend. Was ich allerdings nicht so spannend finde, ist, was so ein 50 Jahre alter Typ, der geistig zurückgeblieben ist, gerne zu Mittag isst. Ich finde es schön, wenn es dem gut geht und wenn er glücklich ist und wenn er Menschen hat, mit denen er sich austauschen kann. Aber ich bin nicht die Person. Naja, auf jeden Fall genau so einer ist mir auf dem Weg zum Zug begegnet. Und ich laufe auf den Zug zu und ich weiß schon, wenn der ein fährt und ich bin am Parkplatz und ich spurte los, dann habe ich, wenn ich Glück gehabt habe, erwische ich ihn noch so, dass die Tür noch aufgeht, bevor er weiterfährt. Und während ich laufe, ruft mir dieser Typ hinterher, hey, warte, 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 warte. Und ich dachte, habe ich was verloren? Ist mir mein Geldbeutel runtergefallen? Ist mir das Handy runtergefallen? Und er sagt, ihr habt aber ein lustiges Auto, meint den Twizy. Und ich so, ja, danke. Was ist das für ein Auto? Und ich so, ey, äh, Renault Twizy, was ist das? Und ich so, ich muss weiter, spurte los. Und dann, kurz bevor ich vorm Zug stehe, ruft er mir noch hinterher, Sie müssen auf den roten Knopf drücken, dann geht die Tür auf. Und der hat mir locker nochmal 10 Sekunden gekostet. Und dann hat der, dann hat der, der, äh, hat der Knopf nicht sofort funktioniert. Und in der Panik rutscht mir halt die Reisetasche runter, Reisetasche fällt mir auf den Unterarm, äh, also Quatsch, er rutscht von der Schulter runter, knallt auf den Unterarm, schlägt mir das Handy aus der Hand, Handy fällt auf den Boden vor dem Zug, gerade es nicht runter zwischen Zug und Gleis fällt. Äh, und plötzlich geht die Tür auf und ich kann einsteigen und alles ist gut. Und dann stehst du dann so, völlig außer Puste, im Zug. Der Schweiß bricht aus und die Leute, die da drinstehen, denken sich, was ist mit dem los? Hat einer wohl seinen Zug nicht erwischt? Da hat wohl einer schlecht geplant. Und ich bin so jemand, ich gebe mir ungern die Blöße, ich gebe mir ungern die Blöße, dass ich rennen muss wie ein Idiot. Also, dieses so, ich schaffe es gerade noch auf den letzten Drücker irgendwo hinzuspurten und dann komplett schnaufend und schwer atmend und keuchend und schwitzend dann unter den anderen Reisenden zu stehen. Das ist mir peinlich. Das ist mir irgendwie peinlich. Ich weiß auch nicht. Bin ich da ein bisschen komisch? Muss man sich Sorgen um mich machen? Aber mir ist das nicht so recht. Und dann versucht man so ganz cool, ganz cool flach zu atmen und sich nicht anmerken lassen. Das war eigentlich total K.O. Und plötzlich kommt der Körper und sagt, so, jetzt müssen wir ein bisschen das System runterkühlen. Jetzt kommt der Schweiß. Und dann atmest du da ganz tief und langsam in deine Maske ein. Und das Ganze dampft so schön unter die Brille. Und die Brille beginnt zu rutschen. Und irgendwie ist das alles scheiße. Und irgendwie hast du dein Leben. Und dann erst mal durch den Zug gehen und sich einen entspannten Sitzplatz suchen. Ganz kurz durchschnaufen, bevor man schon da aufstehen muss, um dann umzusteigen in den ICE. Ja, aber es sind halt so meine Reiseerlebnisse. Was soll ich machen? Geht durchaus so, oder? Und dann stehst du am Bahnhof und dann heißt es in Kürze. Der anschließende ICE auf Gleis 4 verzögert sich um wenige Minuten diese Unverbindlichkeit. Manchmal sagen sie einem ja auch ganz genau wann. Manchmal sagen sie aber auch, wenn du so in den Bahnhof einfährst, in Kürze. In Kürze erreichen wir Frankfurt am Main Flughafen. Und du weißt ganz genau, dann stehen alle auf. In Kürze ist das Signal für alle schon mal ihre Koffer runterzuholen und sich schon mal in den Gang zu stellen, damit sie dann ihren Flug nicht verpassen. Also drei Stunden vorher am Flughafen ankommen. Die müssten dann auf jeden Fall, wahrscheinlich haben sie Panik, dass sie nicht aus dem Zug rauskommen. Aber der typische Allmann-Kartoffel steht dann schon im Zugabteil. Wenn der Zug in Kürze in Kürze ist auch so fucking unverbindlich. Das sagt einfach gar nichts, oder? Sagt man in Kürze eigentlich irgendwo anders außer bei der Bahn? Oder gibt es Menschen, die sagen, Schatz, ich bin in Kürze bin ich zu Hause. Schatz, kommst du bitte runter? Ja, ich komme in Kürze zum, in Kürze gibt es Abendessen. Ich komme in Kürze hoch ins, ich komme in Kürze hoch ins Bad mit Zwischenraum, mit einem Zwischenhalt im Wohnzimmer, komme ich ins Bad, dann zur Weiterfahrt ins Schlafzimmer. In Kürze. Kein Mensch sagt zu Kürze. Ach, ich komme, ich komme in Kürze. Es ist auch so fucking unverbindlich, oder? Schatz, wann mäßt du denn endlich mal wieder den Rasen? In Kürze, Liebling. In Kürze mähe ich den Rasen. In Kürze gibt es übrigens auch wieder einen neuen Podcast, Freunde. In Kürze. Wann ist denn, wann ist denn dein Gitarren-Solo vorbei? In Kürze. Ich saß im, ich saß im Auto und habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen zu viele Songs auf meinem Handy gespeichert. Und immer wenn ich Auto fahre, lasse ich einfach random die Musik von meiner iTunes Mediathek laufen. Okay, die sind nicht alle auf dem Handy gespeichert, aber die sind in der Mediathek. Ich hatte mal eine Phase, wo ich alle meine CDs so quasi digitalisiert habe oder quasi in iTunes eingelesen. Dann sind die in die Cloud hochgeladen worden und ich habe es halt auf dem Handy verfügbar. Und irgendwie merke ich, da sind Songs drauf, so B-Seiten, so Songs, die einfach nur aufgenommen wurden, um das Album voll zu machen. Die sind auf dem Handy in meiner Mediathek, die interessieren mich im Scheißdreck. und ich bin dazu übergegangen zu sagen, wenn ein Song kommt, der mich nicht interessiert, den ich Kacke finde, der mich langweilt, der mich nervt, dann lösche ich ihn. Und zwar komplett aus der Mediathek. Ich will ihn nie wieder hören. Mein Leben ist zu kurz. Mein Leben ist zu kurz für irgendwelche langen Gitarren-Soli. Mein Leben ist zu kurz für die ganze Scheiße. Und dann lösche ich die einfach raus. Vor kurzem ist mir wieder passiert, da war ein Song, wo ich mir gedacht habe, warum? Warum hat dieser Song jetzt ein zweiminütiges Gitarren-Solo? What the fuck? War das früher so, dass eine Band das eine Band dann so gesagt hat und so und jetzt kommt der Punkt für das Gitarren-Solo. Und dann ging der Typ los mit Das war so die Zeiten, als es wirklich nur Schallplatten gab oder Tonbänder. Wo es nicht die Skip-Taste gab und man gesagt hat, nächster Song. Wo man mit einem Knopf einfach sagen kann, tut mir leid, Leute, dieser Song ist jetzt für mich zu Ende. Ist mir egal, was du als Künstler willst. Wie sehr du dich als Künstler ausdrücken willst. Was du mir hier vordudeln möchtest auf deinem Instrument. Es ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt... Es gibt echt Songs, die belästigen einen, oder? Die belästigen einen mit nicht mehr enden wollenden Gitarren-Soli, die einem einfach nur auf den Sack gehen. Und das ist diese Arroganz der Musiker. Die haben sich das damals einfach herausgenommen. Die haben gesagt, nee, ich ziehe jetzt mein Solo durch. Ist mir scheißegal, weil du musst es dir anhören. Mittlerweile ist es ein Buyer's Market. Ja, der Kunde bestimmt, wenn mir dein Solo zu lang ist, gehe ich auf die Skip-Taste, Freundchen. Und ich glaube, in den 70ern, 80ern, aus der Zeit der physischen Musik, ich will nicht sagen Datenträger, sondern der, wie sagt man denn da? Der physischen Träger von Musik. Magnetband, Schallplatte. Da konnten die Musiker sich noch erlauben, ihr Solo hinaus zu zögern bis zum Geht nicht mehr. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wollte ich sagen. Aber es wäre dann noch ein bisschen lang. Und heute sagt man, ja, es ist langsam wieder gut. Jetzt bring mal zu Ende dein Solo, weil es gibt auch noch die Skip-Taste. Ich glaube, Musiker haben Angst vor der Skip-Taste. Ich glaube, wenn ich unter Musikern bin und ich habe ein T-Shirt an, wo eine Skip-Taste drauf ist, dann haben die Respekt vor mir, weil die wissen, ich bin einer, wenn mir dein Song nicht gefällt, wenn er mich nervt, dann bin ich direkt weiter beim nächsten Song. Die müssen mich respektieren. Ich glaube, ich rede mir gerade was ein. Ich glaube, der Podcast ist schon wieder ein bisschen zu lang. Leute, es macht mir einfach Spaß für euch zu labern. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, mir zuzuhören, ihr Lieben. Was haben wir denn noch? Also pass auf, genau, ich war jetzt im Hotel-Ordner, wir haben gedreht. Ich hoffe, das Video kommt bald raus. Ich hoffe, es kommt auch bald das Video, wo wir auf dem, wo wir im Bunker waren. Falls es die Tage rauskommt, füge ich es nachteilig noch in die Beschreibung von diesem Podcast ein. Da füge ich eure YouTube-Links noch mit ein. Genau, guckt euch das an, würde uns extrem freuen. Würde uns auch freuen, wenn ihr uns, ähm, ähm, würde uns auch freuen, wenn ihr uns tatsächlich auf Twitch folgen würdet oder auf unserem Instagram-Kanal, was auch immer. Schaut euch doch mal an, wann wir mit Erko und Stefan live bei euch in der Region sind oder wann ich live mit meiner Stand-Up-Comedy bei dir in deiner Region bin. Freundchen oder Freundin. Ja, weil, wenn du meinen Podcast supportest über Steady oder Patreon mit einem 3-Euro-im-Monat-Abo, dann bekommst du mir eine Freikarte für einen Auftritt von mir oder von uns deiner Wahl. Ganz genau. Einfach mir schreiben auf Instagram oder wo auch immer und, äh, wir klären es mit der Freikarte Gästeliste für dich mit Begleitung. Klären wir. Und, ähm, ja, ansonsten danke für euren Support, danke für das regelmäßige Zuhören und wir hören uns wieder am kommenden Mittwoch. Am Mittwoch, den 10. August. Bis dahin, bleib gesund, äh, genieß die Tage, genieß den Sommer und bis bald. Ciao. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann zeigt mir das doch gerne auch. Ich freue mich über Interaktion, Kommentare, Fragen oder Kritik, das ist natürlich auch gut für den Algorithmus, dann rutscht der Podcast nach oben und mehr Leute erfahren davon, dass es unsicher gibt. Also mich und euch, meine lieben Hörer. Auf YouTube das Abo und am besten auch die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Auf Spotify kann man interagieren, auf Apple Podcasts kann man auch Bewertungen hinterlassen, das ist richtig super für mich. Also zeigt gerne mal ein bisschen Liebe. Und wenn ihr sagt, für den Podcast habe ich auch ein bisschen mehr übrig als nur warme Worte, dann freue ich mich riesig über Unterstützung auf Steady. Schon ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Den Link bekommt ihr über floriansimbeck.de und da einfach auf den Steady-Button klicken. Als Dankeschön bekommt ihr von mir eine Schlimbecks Podcast Kaffeetasse zugeschickt und ein paar exklusive Extras zum Anschauen, Downloaden und auch Freikarten, wenn ich mal bei euch in der Region bin, gibt es dort auch. Also, vielen lieben Dank und Wuff Wuff! Kulibri.com Leute, ihr kennt das doch auch, oder? Diese Frage, ey, wann machen wir endlich mal unser Klassentreffen? Einmal im Jahr fährt der Freundeskreis gemeinsam weg und lasst uns mal einen Termin finden, an dem alle Zeit haben. Freunde von mir haben dieses Problem schon Anfang der 2000er erkannt und haben zur gemeinsamen Terminfindung und Planung ein eigenes Online-Tool erstellt. So nach den Fragen, wer kann wann, wohin soll es gehen, wer zahlt an wen, nur für sich, damit jeder einfach nur anklicken kann, wann er Zeit hat und sich eintragen kann. Lange bevor es zum Beispiel Doodle gegeben hat. Und das hat so gut funktioniert, dass er sich im Freundeskreis rumgesprochen hat und irgendwie, die haben selber keine Ahnung, wie es ging, haben sie jetzt mal nachgeschaut und es sind insgesamt 500.000 registrierte User. Ich glaube, die haben schon zwischendrin mal nachgeschaut. Aber ohne irgendwie Werbung zu machen, sind die auf 500.000 User gewachsen, einfach, weil es so gut und so praktisch war und vor allem einfach komplett ohne Cookies. Keine Werbung, die NSA liest auch nicht mit, also datenschutztechnisch ein Traum. Höchste Zeit haben sie sich gedacht, jetzt während Corona mal das Ding einfach grafisch ein bisschen aufzupeppen, zu überarbeiten und jetzt ist die neue Version von kulibri.com online. Schaut es euch einfach mal an, plant euren nächsten Trip damit, macht einen Grillabend aus, Familienfeier, ganz egal, mit kulibri.com. Ich habe es mir angeschaut und ich organisiere jetzt tatsächlich meine Comedy-Lounges damit. Die Comedians können sich eintragen und ich als Admin kann dann die Termine buchen, also keinen Kindergarten mehr mit dem lästigen hin- und herschreiben und so. Ich sage es euch, das war ein Stress mit diesen ganzen Chaoten. Kulibri.com war ein Gamechanger für uns, warum nicht auch für euch, oder? Das ist kulibri.com, K-U-L-I-B-R-I.com. Kostenlos, ohne Werbung, kein Tracking, keine Cookies, nur das Allernotwendigste. Und wie verdient ihr jetzt ihr Geld, fragt ihr euch? Also in der Zukunft soll es vielleicht mal Optionen geben für Heavy-User oder für größere Veranstaltungen, aber das wissen die selber noch nicht. Vielleicht gibt es mal einen Spende-Button. Es ist einfach kostenlos. Es ist da und es ist sehr gut und ihr könnt es sogar personalisieren mit eigenen Hintergrundbildern. Ja, schaut einfach mal nach. Kulibri.com K-U-L-I-B-R-I.com Ich habe mal gefragt, warum es so heißt. Die Idee war damals der fleißige Kulibri und der hilfliche Kofferkuli. Ja, also ändern können sie es jetzt nicht mehr. Ja, wer von euch hat es schon gekannt? Ich meine, bei 500.000 registrierten Usern ist die Frage ja gar nicht so weit hergeholt, oder? Also, Kulibri.com jetzt komplett überarbeitet. Termine mit Freundenplan online. Kulibri.com Checkt es mal aus.